AW FNR Folge Nummer 451 mit der wunderbaren Caro Kauer, die ich darum gebeten habe, jetzt ein bisschen öfter hier vorbeizuschauen und weil, wenn ein Weg zum Ruhm interessant ist, dann ist es der von Caro. Wir haben ein bisschen Zeit verbracht in Deutschland, weil nach meinem Sommer-Break bin ich nochmal eine Woche unterwegs gewesen in der Caro Kauer World, in der Caro Kauer Allee Nummer 12 in Caro Kauerlingen, also sie ist früher mal Eislingen, jetzt heißt es nach der berühmtesten und erfolgreichsten Tochter der Stadt, benannt Caro Kauerlingen und das haben wir alles besprochen und wie immer haben wir auch ein bisschen gelacht und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich möchte mich aber noch bedanken bei dir da draußen für was letzte Woche passiert. Es ist wirklich, wirklich, wirklich krass gewesen. Ich bin zutiefst gerührt und bewegt auch und ganz, ganz selig darüber, wie viel Support, wie viel ihr das geteilt habt, wie viele Leute mir positiv geschrieben haben, wie viele Leute, ja, bei Leuten das dann doch was ausgelöst hat, die Folge mit Jan-Ulrich und wie das so war und danke. Vielen Dank, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen und das ist mega. Es bringt richtig Bock, das hier zu machen und ich hoffe, dir macht es auch ein bisschen Spaß, uns beim Schwallen zuzuhören. Und jetzt geht es los mit AWFNR 451 mit Caro Kauer. Jetzt läuft's. Hallo Caro. Hallo Paul, um diese Uhrzeit, das kriegst du hin, dass du überhaupt noch wach bist. Ne, das ist meine Zeit, da lege ich erst los, aber dass ich ins Office gehe, das ist neu. Aber bist du im Office um 22 Uhr? Ja, meine Mama wohnt ja Gott sei Dank zwei Minuten von mir entfernt, die passt ja zu lange auf die Kids auf und ich bin im Office. Also eigentlich hätte ich es ja auch, also dummerweise als ich hergefahren bin, dachte ich so, ich tue so, als hätte ich voll das riesen Podcaststudio und riesen Equipment, dabei ist es eigentlich nur ein Mikro und hätte ich ja irgendwie auch am Laptop machen können. Aber gut, jetzt bin ich da. Es ist schon ein bisschen creepy hier alleine, aber okay. Hast du einen Schlüssel? Also kommst du überhaupt rein? Also ich habe zum Beispiel keine Schlüssel mehr für meinen Store und meinen Laden und mein Büro und jedes Mal, wenn ich da hin will, wird es sehr aufwendig. Aber warum hast du keinen Schlüssel? Ach, weil immer irgendjemand den ausleiht und irgendjemand sagt, da ist der dort und dann ist es da und weil immer, wenn ich komme, eigentlich jemand anders schon da ist, sagen wir es mal so. Okay, kann man den nicht nachmachen in Amerika? Ja, schon 20 Mal gemacht und dann sind zu viele und dann, also wie viel Schlüssel ich hier schon irgendwo, ich bin auch nicht so, neben Geldbeutel bin ich nicht so der Schlüsseltyp. Also ich habe jetzt nicht einen Schlüsselbund, wo irgendwelche auch für mein, also mein normales Haus hat eben auch keinen Schlüssel, sondern ich habe so ein ganz verrücktes System, so ein neumodisches Smart-Lock-System für den Eingang eingebaut. Da sind jetzt aber die Batterien leer, seitdem kann man nur noch Füße von innen, kann man nur noch zumachen und seitdem gehe ich durch die Garage, weil ich, da geht das System noch, weil es ist nicht von Batterien abhängig. Und dann mache ich die Garage auf und laufe da über die acht Fahrräder, die da quer im, also, wenn man meine, also Garage ist wirklich, also wenn du da ein Foto von machst, da würde man das, in Deutschland würde man das Sozialamt anrufen und sagen, ich habe die Kontrolle verloren, weil ich wie ein Messinger, also das sieht wirklich aus wie jemand, der Horder hat. Sieht das so aus wie dein Auto? Also ich habe letztes Mal, ich konnte mich gar nicht auf einen Beifahrersitz setzen, als ich bei dir in der Labour, da war einfach alles. Ich habe nur noch Kabel gesehen, ich dachte, soll ich mich hinten hinsetzen oder wie ist die Lage? Also ja, ich bin jetzt nicht der Ordentlichste, aber das sah jetzt bei dir in deinem Porsche Cayenne-Mobil jetzt auch nicht so anders aus, wenn ich das mal kurz sagen darf, da war auch schon ganz schön viel. Das ist aber innerhalb, ja, das war schon creepy, also ich bin, wir waren ja, wir müssen aber ganz, ganz viel reden jetzt gleich. Als allererstes müssen wir aber mal sagen, dass wir, wir haben eine kleine Veränderung und da freue ich mich, dass du am Start bist, weil wir haben ausgemacht, dass du jetzt immer die erste Woche in jedem Monat kommst du hier zu Alle Wege für nach Ruhm vorbei und berichtest uns, wie es bei dir so läuft und ich berichte dir, wie es so bei mir läuft. Danke. Voll geil. Ich habe zu danken, ich habe zu danken, also ich finde es mega cool, danke für die Chance, aber wenn, ich sage mal, wenn du halt keine Hörer mehr hast, dann müssen wir das wieder aufhören. Also, oh nee, Caro, wieder. Irgendwann kann man mich halt auch nicht mehr hören. Das wird nicht passieren, weil ich habe ja ein bisschen Feedback-Gespräche geführt, wie man das so manchmal macht und bei AWFNR versuche ich ja schon jetzt nicht zwingend das zu machen, was Leute wollen, sondern das, was ich will. Das ist schon schwierig genug. Also, weißt du, durch die unterschiedlichen Gesprächspartner, durch unterschiedliche inhaltliche Sachen und irgendwann habe ich für mich so realisiert, ich möchte eigentlich best of both words. Also, ich hätte gern was Wiederkehrendes. Ich hätte gern einmal im Monat, würde ich gern mit dir hier aufnehmen. Vielleicht hat jemand anders ja auch noch Zeit. Jetzt würde ich mir nämlich auch wünschen, dass der Chrissy noch ein bisschen öfter vorbeikommt. Und Martin, also Materia, geht so selten ans Telefon. Ich glaube, der ist das hier bei alle Wege für nach oben, der weiß gar nicht mehr, was das ist. Also, am Anfang, so ist der halt. Also, der ist dann ja sehr herzlich und ist da am Start und sagt, auf jeden Fall bin ich dabei. Und jetzt bisher hat es ja nicht ganz monatlich geklappt, sondern nur so zwei, drei Mal. Insofern, der hat viel zu tun und der geht jetzt auf Tour. Die Tour findet statt im Dezember, wenn keine Covid-Wellen kommen. Und da ist er auch in Stuttgart dann irgendwann. Da gehe ich, glaube ich, ein bisschen mit, habe ich mir überlegt. Das klingt gut. Ich bin abgedriftet, wie immer. Also, ich freue mich, dass du einmal im Monat jetzt hier am Start bist und ich freue mich, dass wir dann, in Zukunft kannst du aber sehr gerne bei dir auch im Keller aufnehmen. Oder du brauchst eigentlich nur einen Raum. Also, wir haben ja so ein Mikro. Und das Einzige, was man da ja beachten muss, ist, dass man sehr nah rangeht. So, du gehst ja jetzt sehr nah ran, oder? Also, es muss ein halbwegs okayer Raum sein. Und ich fand eine der schönsten Sachen dieser, das ist schon was, das möchte ich jetzt nochmal. Wie fandest du, also wir haben ja verschiedene Sachen, die wir besprechen müssen. Die Karo-Kauer-Word ist eröffnet. Ich möchte absolut direkt und live jetzt einmal wissen, wie war dieses verrückte Wochenende. Weil ich habe auch einen kleinen Tadel, wenn ich das, darf ich ein bisschen meckern zur Eröffnung? Immer, das darfst du immer. Ich bin nicht ganz zufrieden mit den Medien von diesem Wochenende, weil, also ich habe keinen geilen Drohnenflug, wo so eine Million Leute waren. Also, ich habe ein paar Sachen gesehen, wo so, bei sowas braucht man ein starkes Visual. Ein Foto, wo klar ist, Alter, war das krass. Das ist bei mir jetzt noch nicht passiert. Alle Leute erzählen mir, dass da 20.000 Leute waren, dass der Bürgermeister die Stadt gesperrt hat, dass es kurz davor ist, dass der Karo-Kauer-Platz eröffnet wird. Aber, also ich habe ein paar Sachen gesehen, dass Leute, ich meine, wir haben da ja auch mit Leuten gesprochen, die sieben Stunden angestanden sind, um dann da reinzukommen im Regen. Mir fehlt aber das eine Visual. Weißt du, also so ein krasses Foto, wo diese Masse rüberkommt. Hat es mich noch nicht erreicht? Hast du heute das Video gesehen? Ja, aber das war ja, die Drohnenflügel waren auch, ich sehe nicht viele Menschen. Und das ist uns ja auch, fairerweise, haben wir ja dann danach einen Live-Podcast gemacht dort und eine Veranstaltung. Und da war das auch so, dass der heiß geliebte Simon, der wirklich immer sehr lustige, sehr coole Sachen macht. Aber das Video von Simon sah auch so aus, als ob jetzt nicht so viele Leute da gewesen sind. Also es war voller, als wir da oben auf der Bar saßen und uns umgeschaut haben, als auf den Videos. Ist das vielleicht ein Problem von dem Ort, dass es nicht ganz so krass crazy voll aussieht? Auf Visuals kann ja eigentlich, also ich gucke es mir, also ich habe das Video eigentlich gesehen. Also das ist, glaube ich, ja, das ist das Eingangsvideo. Beziehungsweise in der Mitte kommt das, wenn dann die Eröffnung losgeht. Ist ja so ein bisschen chronologisch aufgebaut. Aber ich gucke es mir auch nochmal an, vielleicht bleibt das vielleicht tatsächlich nicht im Kopf. Aber es war viel los. Aber ich bin da, ich habe da einfach nur funktioniert an diesem Wochenende. Also ich glaube, man kann das ganze Wochenende so in vier Teile so ein bisschen untergliedern. Wir haben ja angefangen mit meiner Karo Kauer Family, würde ich sie jetzt mal nennen, also dem Unternehmen. Ich habe alle zusammen getrommelt, bevor es irgendwie losging und habe gesagt, also ich möchte einfach mit euch diesen Moment erstmal genießen. Weil ich schon sagen muss, dass die Wochen zuvor einfach wirklich krass waren für alle. Also mein ganzes Team hat so viel gearbeitet von morgens bis abends und hat tatsächlich dieses Event, man muss fast schon sagen, selbst geplant. Ich habe hier und da immer mal wieder die Strippen gezogen, musste Entscheidungen treffen, habe mit meiner Mama zusammen die Karte gemacht. Wir standen oft in der Küche und haben die Rezepte uns ausgedacht und die gemacht. Und ansonsten das Event hat das Team geplant. Und dann standen wir da und ich habe dann auch geweint. Das war sehr, sehr emotional, weil ich da einfach nochmal festgestellt habe, dass ich in diesem Moment einfach Gast auf meiner eigenen Party bin. Ich wusste teilweise auch gar nicht, was passiert hier, was machen wir jetzt die nächsten Tage, weil ich auch gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen war davor. Und deshalb war das sehr, sehr emotional, dieser Moment. Das war Freitag. Das war quasi ein Abendessen. War das schlau? Nee, das war morgens. Erstmal mit einer Abendveranstaltung. Nee, es war morgens, okay. Genau, das war jetzt, das war Anstoß. Ach, wir reden hier von 20 Minuten, 30 Minuten. Jeder hat dann ja quasi, war eingespannt in die nächsten Aktionen, weil das Wochenende, also es war ja mit das größte Event, was wir geplant haben, was ja wirklich vier Tage ging. Also von Freitag bis Montag. Und deshalb musste jeder wieder ran. Und dann ging es los, dass meine Influencer-Kolleginnen angereist sind, die meisten aus Köln. Und abends sind dann die Dienstleister gekommen. Und ich muss sagen, also Dienstleister, Kooperationspartner, wir hatten Produzenten da sogar aus Italien, aus der Türkei. Meine Chefin war da von meinem Ausbildungsbetrieb damals. Also viele, viele Menschen. Ich dachte, also wir haben tatsächlich so vor, also drei Tage bevor es losging, sind wir die Liste durchgegangen. Und wir haben irgendwann mal, so eine Woche noch zuvor, gedacht, oh mein Gott, es kommt keiner. Wir haben so mit 70 Leuten gerechnet. Es haben sich irgendwie nur 20 angemeldet. Und dann dachte ich, okay, wow, das will sich halt keiner mit ansehen. Und dann weiß ich auch nicht, was passiert ist übers Wochenende. Auf einmal sind alle Einladungen bzw. alle Zusagen eingetrudelt. In der Zwischenzeit habe ich aber, ich glaube, nochmal das Doppelte an Menschen eingeladen, weil ich so dachte, das ist ja gut, müssen wir ja irgendwie auch den Raum füllen. Ja, und dann waren wir auf einmal drei Tage vor Eröffnung, wo wir dachten, dass 70 Leute kommen. An dem Abend waren wir bei 170 Leuten. Und das Ganze hatte auch eine große Planung im Hintergrund. Da gab es ja Essen und Plätze und sowas. Ja, Essen. Also das war ja wie... Ja, genau. Das war in dem Kesselhaus. Ja. Genau. Und wir mussten nochmal anbauen. Wir mussten Gespräche führen mit unserem Küchenmeister sozusagen, der unser Essen gemacht hat. Die Linde übrigens in Stuttgart, mega gut. Der macht bei uns eigentlich so gut wie alle Influencer-Events. Also da nochmal Props, das Essen war einfach hervorragend. Und auf jeden Fall, er hat dann gesagt, ja okay. Also mehr dürfen es aber nicht werden, weil wir passen auch übrigens auch gar nicht mehr alle in diesen Raum. Ich sage, ach Quatsch, das wird schon, da wird noch irgendjemand absagen und so. Und er musste mir dann schon auch von meinem Team so ein bisschen anhören. Caro, wie willst du das alles? Also das passt da nicht rein. Ich sage, doch, doch. Wir machen da jetzt noch Stehtische hin und dann müssen wir halt im Stehen essen. Und dann bin ich dorthin. Der ganze Bereich vor dem Kesselhaus war voll mit Menschen. Und dann dachte ich schon so, puh, das wird eng da drin. Bin dann reingegangen. Irgendwann habe ich alle reingeholt. Und war dann kurz vor der Ansprache und musste die dann so ein bisschen reinlotsen und anleiten, dass die bitte alle aufrücken sollen, weil es wird eng. Wir müssen kuscheln so. Und letztendlich war es auch so. Also es war, dann waren alle Plätze besetzt und ich sehe einfach immer noch eine Schlange da draußen. Und sehe nur noch den Blick von Benni, einem Mitarbeiter von mir, der einfach nur so bejahend mich angeschaut hat. So, ja Caro, mach mal. Du hast doch gesagt, das ist kein Thema. Und es war dann witzig. Ich habe dann auch die Stirnseite noch. Hey, komm, steht doch. Ich habe geguckt, welche Frau hat Stehschuhe an und keine Hohenschuhe. Die durften dann halt kurz stehen und dann war das alles fein. Aber ey, was da für Leute waren, das hat mich so, wirklich so geehrt, dass die alle gekommen sind. Und das war auch so der Moment, also der Abend zuvor, war der Moment, der mich nicht schlafen lassen hat. Nicht, weil ich da jetzt einen Café eröffne, einen Store, was ja, also die Dimension kann ich auch bis heute noch nicht so richtig greifen. Sondern, dass die Leute kommen. Und zwar, dass die von überall her kommen, aus Ländern, aus allen Städten von Deutschland und aus, keine Ahnung woher. Und Menschen auch aus meinem früheren Leben, sage ich mal, die sich das auch anschauen wollen. Das war wirklich krass. Und das hat mich nicht schlafen lassen. Ich konnte Donnerstag einfach, von Donnerstag auf Freitag nicht schlafen, weil ich es nicht fassen konnte, als ich die Gästeliste gesehen habe. Und Freitag auf Samstag hast du dann nicht geschlafen, weil wahrscheinlich auch wieder DJ Giovanni, oder wie er heißt, wer hat aufgelegt? DJ Mr. X, mein City Seppe, der hat leider nicht aufgelegt, der hatte ein anderes Event. Aber wir haben einen anderen DJ gehabt und ja, tatsächlich habe ich nicht geschlafen. Wir haben durchgemacht, ich glaube, das weiß auch kaum jemand, außer du und vielleicht die, die am Montag dabei waren bei unserem Live-Podcast. Aber wir haben durchgemacht, ja, wir sind irgendwann um 5 Uhr morgens oder so, waren wir dann im Hotel. Das ist ja auch direkt angrenzend und ich dachte, komm, so ein, zwei Stunden geht ja noch. Und dann habe ich MTV angeschaut, so ein paar Musikvideos, war ultra fasziniert, dass es sowas überhaupt noch gibt. Und dann bin ich so langsam in so ein Delirium gefallen und auf einmal ist das Waschbecken angegangen in dem Hotel. Und das geht so auf Handbewegung eigentlich nur an. Und ich war mir zu tausend Prozent sicher, ich werde jetzt überfallen, weil das Ding war, dieses Hotelzimmer ist recht klein, würde ich es jetzt nicht nennen, aber zumindest ist die Toilette und das Bad abgetrennt mit einem Vorhang. Und der Vorhang war zu leider, sodass ich gar nicht rüber gucken konnte. Und ich dachte, no way. Und ich wusste ja, dass auch Follower schon am Freitag angereist sind. Also ich habe schon zuvor ganz viele Menschen auf dem Areal gesehen. Und ich dachte, okay, jetzt hat sich ein verrückter Follower, man weiß ja nie, da jetzt irgendwie eingeschüttet. Aber das ist ja jetzt nicht so, als ob man irgendwie an Zimmerschlüssel da rankommen würde in dem Hotel. Eigentlich nicht. Du kannst dich ja eigentlich vertrauen. Ja, aber in diesem Delirium. Das Kopfkino geht dann los. Oh ja, genau. Ich war hellwach, sage ich dir. Ich habe durchgemacht. Ich war dann schon um sieben beim Styling. War da jemand? Ich kann einfach nicht mehr schlafen. Nö. Hat dich jemand ermordet? Nein. Okay. Nein. Ich sitze noch hier, alles gut. Und das Waschwecken war einfach nur kaputt. Ich habe dann zweimal so ein bisschen fester draufgeschlagen, dann ging das wieder. Ja, so war das. Durchgemacht. Und dann ging der eigentliche, also der dritte Teil sozusagen los, nämlich die Eröffnung für die Öffentlichkeit. Also wirklich für alle und da sind Leute schon irgendwie um 6.30 Uhr vorm Café und vorm Store gestanden. Und das allein war schon völlig verrückt. Aber mal, da möchte ich kurz, also am Samstag hast du nicht geschlafen, du hast am Donnerstag auf Freitag auch nicht geschlafen. Du bist also eh schon auf jetzt zwei Prozent. Mein Whoop würde sich warnen und explodieren und sagen, was machen sie da, junger Mann. Und dann gehst du da rüber und dann steht da schon eine Schlange an Leuten und die, also wir reden davon, dass ein Store und ein Café eröffnet werden und wahrscheinlich der Oberbürgermeister, also war der Oberbürgermeister von Eislingen da oder ist es eine Oberbürgermeisterin? Ich weiß, ich bin nicht ganz informiert. Oberbürgermeister, der kam am Sonntag. Genau, da kam noch der offizielle Teil. Genau, genau, der kam auch. Aber hast du was durchgeschnitten? Gab es ein Geschenkband, was du mit so einer großen Schere durchgeschnitten hast? Also ehrlich gesagt habe ich da fünfmal durchgeschnitten, so mit Family, dann mit Influencer-Kolleginnen, dann abends noch mit der ganzen 170-Leute-Mannschaft sozusagen. Und dann natürlich mit der Öffentlichkeit, also ich habe ein paar Mal durchgeschnitten, aber irgendwie gehört das dazu und das ist für uns natürlich auch mit der größte Meilenstein seit der Label-Gründung, würde ich es jetzt mal nennen. Und deshalb haben wir das schon ordentlich zelebriert, muss ich sagen. Und mit wenig Schlaf im Kopf bin ich dann da hin und das war eh, also ich war glaube ich so auf Adrenalin, dass ich auch irgendwie gefühlt gar keinen Schlaf gebraucht habe an diesem Wochenende, weil es ging ja irgendwie genauso weiter. Und ja, wir haben dann auf der Bühne sozusagen erstmal einen Talk gehabt, wir wurden interviewt, gerade auch von diesem Besitzer des ganzen Areals und haben dann nochmal drüber gesprochen. Dann haben wir durchgeschnitten und dann ging es los und dann durfte die Meute rein. Das Ding war aber, dass es wirklich, wirklich unfassbar kalt war. Es hat immer mal wieder geräuscht. Es war scheiß Wetter, das kann man sagen. Ich habe es mir angeschaut ein paar Mal und ich habe mich nicht getraut, was dazu zu sagen, weil es wirklich katastrophal war. Also so Nieselregen, sechs Grad. Wirklich, ja. Also es war wirklich und ich habe es einfach durchgezogen. Ich habe einfach mein lässiges Outfit einfach angehabt, habe gesagt, nicht trotzdem Wetter, aber da habe ich mich schön verkühlt. Und jedenfalls war es aber schön und man hat immer gesehen, wie die ganze Schlange, die wirklich durchs ganze Areal ging, immer wieder ihre Schirme da aufgeploppt haben, wie so Pilze, wenn dann das Wetter losging. Aber die waren alle prepared und die haben wirklich bis zu sieben Stunden gewartet, bis sie dann in den Store rein können und das war schon krass. Und was ist da passiert in dem Store? Also da konnte man dann was kaufen. Aber du warst da schon auch die ganze Zeit. Nein, ich war nicht im Store. Ich war eigentlich die ganze Zeit draußen, habe Fotos gemacht. Also ich habe wirklich den ganzen Tag nur Fotos gemacht. Ich habe dann irgendwann eine Taktik rausgefunden, also gerade mit dieser Schlange. Ich bin dann einfach, weil ich so dachte, boah, das dauert ja auch so lange und so. Und ich nehme mir auch wirklich immer Fäden Zeit. Ich frage dann auch immer und wo die alle herkommen und was sie machen und so. Und irgendwann dachte ich so, also so werde ich heute nicht alt. Also ich kann das jetzt nicht mit allen machen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich bin dann so durch die Schlange und habe einfach, gesagt, Leute, jetzt packt mal eure Handys aus. Ich laufe jetzt durch, prepared euer Handy und dann machen wir jeweils immer ein Selfie. Und das ging dann recht schnell. Ich war dann, ja, aber im Regen dann natürlich. Ich hatte natürlich keinen Schirm. Ich bin dann dadurch, ich glaube, ich sah irgendwann aus. Ich konnte die Bilder auch teilweise nicht mehr reposten, so wie ich aussah. Aber es war schön und es war cool, die Leute auch mal zu treffen. Und ich finde auch, es schmeichelt mir immer, wenn ich dann so die Teile von mir sehe, die sie dann tragen. Oder sie teilweise vom Stil her einfach so aussehen wie ich. Das ist voll geil. So ein paar Karos standen da. Das war schön. Das war wirklich schön. Das ist mega geil. Und Sonntag ist aber dann, und das möchte ich jetzt auch, da habe ich dann den Glauben an die Menschen. Also dann steht da Giovanni Zarella. Einen Tag, nachdem ich irgendeinen Artikel darüber lese, dass Giovanni Zarella anscheinend der erfolgreichste Musiker Deutschlands im Moment ist, weil er so Italo-Schnulzen-Songs, glaube ich, live spielt und unfassbar viele Tickets verkauft. Und das Zweite, was ich gelernt habe, heute war hier jemand im Store, die sich um die Visuals von den Skorpions kümmern. Kennst du die Skorpions? Weißt du, was die Skorpions sind? Eine Band vielleicht? Ja, ist eine Band. Und wüsstest du jetzt einen Song von den Skorpions? Sing mal was vor. Weißt du was? Ich kann was pfeifen. Oh ja. Ich bin nicht so ein guter Pfeifer. Wind of Change ist der Hit von den Skorpions. Und die Skorpions sind neben Rammstein die einzige deutsche Band, und ich glaube Modern Talking, als es sie noch gab, auch ein bisschen. Aber die Skorpions spielen richtige US-Touren hier. Die spielen hier im Forum. Im Forum spielt Kanye West normalerweise. Und da spielen die immerhin ein Konzert. Die sind richtig large in Deutschland. Immer noch. In Amerika, Entschuldigung. Und wer war da jetzt im Laden bei dir? Die Leute, die sich um die Visuals, glaube ich, kümmern. Und das ist wie, es gibt zwei, also es gibt halt Musiker, die oft mal in L.A. unterwegs sind und da ja auch schreiben oder sowas. Also auch deutsche Musiker, die kommen dann auch manchmal vorbei. Und vor allem Airline-Cruise. Also wenn du so bei der Lufthansa arbeitest, dann hast du ja immer so zwei Tage Layover. Und wenn du das das zehnte Mal in L.A. machst, dann weißt du halt irgendwann nicht mehr, was zu tun ist. Und irgendeiner sagt dann, da gibt es diesen Trottel, der den Podcast hat. Und dann gehen wir da mal vorbei in Newport Beach und dann leihen wir uns Fahrräder aus. Leider sind zwei Fahrräder geklaut worden. Ich habe doch so neun Fahrräder. Und ich sage mal so, da waren jetzt zwei dabei, die die Rückgabe der Fahrräder meinten, einfach hinstellen und anschließen. Also es sind halt schon, kostet ja jedes 4.000 Euro oder sowas. Also es sind schon ernstzunehmende, richtig krasse elektrische Fahrräder. Und die waren dann da auch nur eine Stunde angeschlossen und jetzt sind sie weg. Und ich weiß nicht so richtig, wie es geht. Ich schaue gerade raus und da kommen die nächsten drei. Man guckt ja immer durch diese Spiegelfolie raus. Ich habe so eine Spiegelfolie, die FBI Interrogation Foil, die ich dir für dein Büro dann auch empfehle, wenn du da dann bist. Und dann sieht man, wie die schon vorab quasi kommen. Und da kamen heute, das ist jetzt bestimmt schon, das kann natürlich nicht mit dir mithalten. Bei dir sind ja Unmengen, aber in klein habe ich das hier auch, dass Leute einfach am Tag vorbeikommen und sich ein bisschen Paris anschauen. Ich glaube aber, fairerweise bei mir geht es da mehr, die wollen einfach mir Hallo sagen. Die haben jetzt nicht so ein krasses Interesse an Paris. Bei dir ist es ja schon immer so und ich habe das ja dann erlebt. Also Giovanni Zarella, warum war nicht auch noch Helene Fischer da und hat atemlos ein, zwei Songs gespielt? Weil deine Tochter das so gern mag, das Lied oder so. Warum war Giovanni Zarella, hast du irgendwas mit dem zu tun? Oder wie? Ich verstehe es nicht. Genau, also Giovanni, da habe ich nichts damit zu tun. Das war der Besitzer vom Areal, der kennt ihn, ist auch Italiener und die kennen sich, das ist irgendwie eine befreundete Familie. Ich glaube, Giovanni kommt ja auch ursprünglich aus Stuttgart. Und deshalb war das, ich würde sagen, für die Region wirklich ein Highlight, dass Giovanni kommt. Und das war dann auch wirklich... Aber war das ein Geschenk? Das war eine Überraschung, oder? Ja, das war schon auch angekündigt. Und ja, Giovanni hat das einfach so von sich aus dann, ich glaube sogar wirklich ohne Gage gemacht. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Der ist einfach Bombe, der ist authentisch. Ich meine, über Musik, das ist ja natürlich Geschmackssache, aber der ist wirklich unfassbar herzlich. Und man hat den, der kommt einfach in den Raum und er hat auch so eine gewisse Energie. Deshalb kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass der jetzt hier gerade so Everybody's Darling ist. Und gerade, meine Mama ist ja ausgerastet, die liebt ja so Musik und so. Und dann habe ich das noch versucht zu... Hast du es Backstage organisiert, dass sie sie treffen? Ja, natürlich, ja klar. Und er hat sie dann auch eingeladen. Aber da muss ich auch noch kurz was erzählen. Und ich will das von meiner Mama auch gar nicht so aussprechen. Deswegen jetzt, pscht, wenn du Likes redest, dann hörst du es nicht. Sie hört den Podcast ja nicht. Aber er hat dann, also ich habe das ja dann auch gefilmt. Ich habe auch dieses Video, er sagt dann so, er hat sie dann auch so ganz herzlich umarmt, hat gesagt, so und jetzt lade ich dich ein in die Porsche Arena. Und mega geil, bla bla. Okay, dann habe ich das mit diesem Manager von ihm geklärt und so. Und dann hat er mir Karten hinterlegen lassen für meine Mama, also plus drei sozusagen, für meinen Papa und auch Freunde. Und das Ding war aber, der hat das an alle verteilt vorne an der, also der stand dann auf der Bühne und hat dann, es gab QR-Codes. Meine Mama hat das nicht mitbekommen, weil die ja in der Küche war. Und somit war die ganze Partygesellschaft von diesem Sonntag auch eingeladen für diese Porsche Arena. Es war jetzt nicht mehr so was krass Besonderes. Und meine Mama hat dann gesagt, und meine Mama dachte halt so, krass, der hat mich da jetzt eingeladen, also so nur mich. Und ich muss das jetzt gerade immer so ein bisschen aufrechterhalten. Und dann sagt er immer, da waren aber auch ganz schön viele auch von deinem Unternehmen so, oh mein Gott. Ich dachte, das ist was Besonderes. Aber ich sage das, also ich lache das. Es ist immer noch was Besonderes, dass ihr überhaupt eingeladenet, das war ausverkauft. Ich habe das wirklich recherchiert. Alle Konzerte von dem sind ausverkauft. Ja klar, der hat ja seine Karten verschenkt an Halb-Eis. Das stimmt nicht, das stimmt. Gefährliches Halb-Eisen. Okay, also ich will es nicht runterreden. Und es war wirklich cool, dass er auf jeden Fall auch noch in unserem, also ich meine, der stand bei uns im Lager einfach so. Ist ja natürlich auch voll geil und so. Und war sich dafür nicht zu schade, obwohl er da auch einen eng getakteten Terminkalender hat. Und meine Mama wundert sich trotzdem, dass Halb-Eisling auch da war. Naja, war auf jeden Fall sehr gut. Ich habe, wie gesagt, Samstag auch nicht mehr so richtig geschlafen. Es gab noch eine Party, da war es dann auch nochmal ganz geil, weil die ganzen Leute, die ja auch tagsüber waren, die haben sich in die Hotels, in die naheliegenden Hotels eingebucht. Das heißt, ich habe die Leute von dem Tag noch gesehen und wir haben noch gefeiert. Sonntag kam Giovanni, das war das Highlight. Ich habe den ganzen Tag auch wieder Fotos gemacht. Und dann war das Wochenende vorbei. Und das ist für mich, deshalb bin ich da so abgeklärt, weil ich das, glaube ich, immer noch nicht realisieren kann, was da so passiert ist. Es war wirklich die, auch die Region war da, was mich sehr gefreut hat, weil ich davor schon immer wieder so einen Satz gebracht habe, wofür ich mich jetzt wahrscheinlich entschuldigen muss, dass ich gesagt habe, die Region wird mich vielleicht nicht so unterstützen, weil ich schon immer wieder das ein oder andere Mal auch mal vorsprechen musste, warum ich da jetzt in der Bundweberei einen Store eröffnen möchte und so und das jetzt nicht so auf Anklang gefunden hat. Aber es waren so viele Menschen da und die haben mir da wirklich ein Lob ausgesprochen, haben sich wirklich mit mir und für mich gefreut. Und das spürt man ja auch, meistens, ob es ehrlich ist oder halt nicht. Und das war sehr, sehr schön. Und ich glaube, diese Bubble, ich muss da irgendwie mal versuchen, drauf zu schauen. Aber aktuell kann ich das einfach noch nicht. Aber ich bin ja auch noch gerade so voll drin, das noch alles zu organisieren. Der Alltag geht jetzt los mit dem Kaffee. Bist du da jetzt jeden Tag? Also gehst du da jetzt nur noch da essen? Ja, sozusagen. Ich liebe das da wirklich. Das ist so gemütlich und der Austausch auch mit den Leuten. Und das ist einfach cool, dass du siehst, wie das auf einmal lebt. Du sitzt dann da. Also es ist wie, es ist ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du Arafat Abou-Chaka kennst. Das war der Manager von Bushido. Und der hatte so einen Café in Berlin. Und da konnte man, glaube ich, auch vorbeigehen und bei Arafat im Café sozusagen vorspringen. Ist das so jetzt in Eislingen, dass da, also du bist dann da und dann kann man, wenn man noch ein Thema hat, kann man das dann da mit dir besprechen, wenn noch was offen ist. Keine Ahnung, Giovannis Gästeliste oder sowas. Also wenn es Sachen gibt, die nicht ganz klar sind, kann man da bei Caro im Café vorbeikommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin da, also so gut es natürlich geht. Es gibt Tage, wo ich da nicht vorbeikommen kann. Aber sobald ich irgendwo Luft habe, flitze ich rüber. Das ist ja sowieso zwei Minuten vom aktuellen Büro entfernt. Und deshalb bin ich da. Und das Ding ist einfach, ich freue mich, wie das lebt aktuell. Also es ist wirklich durchgehend besetzt. Und ich weiß auch, es ist die zweite Woche nach Eröffnung. Die Herausforderung kommt wahrscheinlich erst, wenn dann vielleicht der, ich nenne es jetzt einfach mal so ein kleiner Hype, weil man will natürlich erst mal gucken, was ist da und so. Also wenn der vorbei ist, dann zählt es, glaube ich, einfach auch, das weiterhin zu beleben. Weil das ist natürlich, also das, was wir da nicht haben, ist Laufkundschaft. Nein, 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 nein. Also ich will, ich war jetzt auch schon zwei, dreimal da. Und ich fand mit das Geilste, als ich mich mit diesem, ich sag mal, 65-jährigen Pärchen unterhalten habe, die da saßen und das getestet haben. Und die ja wirklich einfach, also nach zehn Minuten Gespräch darüber, also sie waren ja wirklich angetan, haben gesagt, das ist richtig gut und das ist toll. Und auch der Ort ist gut für uns, hier sind wir herrschtplatziert und das war toll und es gab was Gutes zu essen und so weiter. Die haben dich ja dann gefragt, was machen sie jetzt hier, gucken, trinken sie auch einen Kaffee? Und du so, also du hast ja dann schon so, ja, mir gehört das hier. Und dann ist es, ah, okay. Also da waren ja schon auch Leute, die jetzt nicht wegen dir da sind, also so, sondern die wegen dem Kaffee da sind. Und das ist ja dann der Holy Grail eigentlich auf eine Art, oder? Ja, das passiert. Also ich meine auch mit Laufkundschaft sowas wie, weißt du, so, also gerade so in der Stadt, ne, wenn man dann irgendwie unterwegs ist und shoppt und auf einmal ist da ein Café, da geht man rein. Das hat man halt nicht, also man muss schon gezielt in das Areal gehen. Wir haben halt viel Industrie drumrum, also da kommen schon auch die Handwerker und so, die holen sich dann so einen Salat. Wir gucken auch, dass wir da mittags auch so ein bisschen herzhaftere Sachen da haben. Und das passiert schon, also dass da wirklich auch Leute sitzen, die gar keinen blassen Schimmer haben, wenn ich da gerade neben denen sitze, dass diese Karo Kauer ich bin. Das ist aber ganz cool, ich mag das, da auch mal so anonym nebendran zu sitzen und das mitzukriegen, ob der Salat jetzt gut oder schlecht war, nein. Aber das passiert schon auch, ja, das ist ganz cool. Ja, auf jeden Fall der vierte Teil, den haben wir noch vergessen. Montag, da hast du die lange Reise auf dich genommen. Man muss ja auch wirklich dazu sagen, du hast ja deinen privaten Urlaub sozusagen abgebrochen und bist nach Eisling. Du hast dein Versprechen eingelöst, weil du nicht dabei sein konntest am Eröffnungswochenende und hast gesagt, Montag stehe ich dir zur Verfügung. Für egal was, Store, Café, ich arbeite, ich gehe ins Lager, sag mir, was ich tun kann. Genau, und dann warst du da. Jetzt muss ich als allererstes fragen, reden deine Angestellten noch mit mir? Weil ich habe so ein bisschen das, also fairerweise kann man, ich weiß nicht, ob das hier der richtige Ort dafür ist, aber es war ja wahrscheinlich so, dass die am Sonntagabend auf dem allerallerletzten Loch gepfiffen haben und völlig fertig waren, weil diese vier Tage wahrscheinlich der Wahnsinn des Jahrtausends waren. Ich kann es ja nur, ich erlebe dich ja immer nur so manchmal und ich bin, also mich hat eine Sache wirklich gefreut, liebe Caro Kauer, und das kann ich jetzt auch mal hier so sagen, und das ist, dass du letzte Woche ein bisschen krank geworden bist. Weil das der Beweis ist, dass du doch ein Mensch bist. Also die Schlagzeile, die du dann ab dem Montag, waren wir da noch mittwochs in München und dann bist du irgendwie nach Madrid und dies und das, und das mal mitzukriegen, was du für eine Intensität gehst, das kann kein normaler Mensch so durchziehen. Also das kann nicht sein und deswegen, ich habe reines Mitleid mit den Leuten, die für dich dann so dieses, ich kann es mir genau so vorstellen, dass du Freitagabend 70 Leute kein Problem, weil, also wenn du ein Problem hast, dann ist es Gästemanagement, denn am Montag ist ja was ähnliches passiert. Du postest morgens irgendwie auf Insta so, hey, wer kommt denn da? Und rufst mich dann ganz aufgeregt an um 10.30 Uhr, du Paul, da haben gerade 800 Leute zugesagt. Das wird der absolute, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn, wenn da jetzt 800 Leute, und vor allem hast du es auch zu 100 Prozent auf mich geschoben, ne? Du hast quasi sofort gesagt, kann ich ja nichts dafür, dass du hier so einen Hype auslöst. Du scheinst hier sehr viele Fans zu haben. Das wäre auf jeden Fall dann, also wie haben die da drauf reagiert? Also das muss doch totaler Horror sein, dass man dann, wir wollten, ich wollte aushelfen im Café. Da wären 10 Leute, dachte ich, kommen dann da und dann sitzen wir da und essen einen Salat. Was gab es da für Situationen und reden sie irgendwann wieder mit mir? Wie kann ich das wieder gut machen? Das war ja schon mal ein Fehler, dass man da dann jetzt noch in diese absolute Überarbeitung noch ein kleines Gutzel, ein kleines Bonbon reinlegt, was Montagabends dann noch passiert. Wie war da die Stimme an dem Tag? Also wir haben uns alle drangesetzt. Ich habe erst mal auch die Nachricht, die ich dir geschickt habe, noch mal ins Team geschickt. Da habe ich gesagt, Leute, wir haben ein Problem. Das war wirklich so zwischen, wirklich noch völlig fertig sein vom Wochenende, wenig Schlaf, die Kinder gerade in den Kindergarten gebracht. Dann gucke ich mir diese Umfrage an, die ich mir, glaube ich, sonst gar nicht angeguckt hätte. Das war einfach nur so, ja, wer kommt, haha, nochmal drauf aufmerksam machen. Dann habe ich mir die aus Versehen angeguckt und denkst so, nee, das kann jetzt nicht sein. Da sind 800 Leute, die auf Ja geklickt haben. Und das muss man halt ernst nehmen, weil man kann sich dann natürlich auch schnell die gut laufende Eröffnungs- oder das gut laufende Eröffnungswochenende schnell kaputt machen, wenn das halt nicht organisiert ist, wenn da plötzlich 800 Menschen auf dem Material stehen. Und deshalb muss man es erst mal ernst nehmen. Und dann habe ich das erst mal in die Gruppe geschrieben, beziehungsweise draufgequatscht. Und ja, die waren natürlich auch alle geplättet und noch nicht mal vom Eröffnungswochenende selbst. Auch, ja, aber auch die Woche zuvor. Die haben ja noch geschlafen. Die waren noch im chromatösen Erholungsschlaf nach absoluter Überarbeitung. Nee, also da haben sich auf jeden Fall alle drangesetzt. Wir haben dann geguckt, was muss organisiert werden. Und wir haben natürlich auch Security und so weiter nochmal mobilisiert, die dann auch gesagt haben, ey, nee, also es kann ja nur Karo Kauer sein, die jetzt irgendwie so kurzfristig irgendwie 800 Leute hierher holt, so auf die Art. Ich so, oh mein Gott, nee, ist Paul. Ich habe überall alles auf dich geschoben. Wirklich? Ja, natürlich. Ich kann nie wieder mich bitten lassen in Eislang. Nee, und dann haben wir alles organisiert gekriegt. Ich habe ja dich noch angerufen und habe gesagt, ey, bring dein Team mit, weil wenn das jetzt hier eskaliert, wir brauchen auf jeden Fall, helfen der Hände, die dann auch so ein bisschen auch abräumen nachher und, 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 weil ich das auch dem Team jetzt auch nicht mehr so zumuten wollte abends. Und ja, dann haben wir alles noch, ich meine, da ging es dann halt los. Wir haben dann die Location gewechselt. Wir wollten es ja im Café machen. Dann habe ich das rüber geswitcht in dieses. So groß ist ja das Café auch nicht. Also jetzt, das finde ich ganz, das ist sehr, sehr clever. Wie viele Tische gibt es da? Fünf? Ich würde sagen, 35 Leute passen rein, dann ist es ja auch voll. Genau, genau, 35 Leute passen rein. Habe ich jetzt, ist es genau 35? Ist es zugelassen? Ja, nee, ist wirklich so. Also es ist so, ja, mit Stehplätzen sind es 35, ja. Okay, aber es ist perfekt, weil dadurch ist ja immer irgendjemand da und du, also es ist eine wirklich perfekte Größe, muss ich sagen. Ja, vor allem für das erste Café. Also ich wollte mich da jetzt auch nicht übernehmen und das, man merkt jetzt schon, das ist eine gute Auslastung die ganze Zeit und es ist aber auch nie, also es gab jetzt eine Situation am Freitag, warum auch immer, man kann es gar nicht so richtig einschätzen. Da gab es mal kurz zwischendrin einfach eine Schlange vor dem Café, aber ansonsten ist es immer so, dass zwar drinnen die Leute mal kurz warten müssen am Stehtisch, die sich dann setzen wollen, aber ansonsten ist die Auslastung wirklich gut. Oh, ihr könnt so ein geiles System dann machen, das ihr quasi sagt, gehen sie ruhig einfach ein bisschen durch den Store schauen und jede Minute, die die warten müssen, bekommen sie Rabatt. Weißt du, wenn ihr dann sieben Minuten durch den Store schlendert, dann kriegen sie sieben Prozent Rabatt im Store. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Paul. Ja, voll. Und dann noch würfeln, wäre auch eine geile Idee. Hast du die Idee von mir? So wie Post von Paul, also Post von Paul hast du auch von mir geklaut. Aber zurück zum Thema. Also wir sind dann rübergegangen, wir haben dann, also es war ja schon recht hands-on, ich finde es aber abgefahren, also das Abgefahrenste finde ich, dass deine Mutter sich hingestellt hat und 700 Wurstsalat gemacht hat. Ich kam da ja dann an und dann war schon, also ich habe dann auch recht schnell angefangen Fotos zu machen und da standen ja dann immer so Leute rum und die hatten eine einzige Sache gemeinsam, die haben alle krass nach Zwiebeln gestunken. Und du kommst den Leuten ja schon sehr nah und ich dachte so, was ist denn da los in Eislingen, dass wirklich alle intensiv nach rohen Zwiebeln so ein bisschen so eine Aura um sich herum haben, das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann bin ich in die Küche und habe deiner Mutter hallo gesagt, sehr herzlich, sehr nette Person ist das und habe dann realisiert, okay, es gibt einfach Wurstsalat für alle, was meine absolute Leibschweiß ist und dann habe ich auch einfach drei Wurstsalat mir reingeschlenzt und dann ging es auch. Also dann riecht man ja auch nichts mehr beim anderen. Das ist die Lösung gegen und ich habe aber, ich meine, es waren jetzt nicht ganz 700 Leute da, muss man fairerweise auch mal zugeben, die haben dich betrogen mit der Umfrage. Ja, frech, das waren deine, meine sagen immer die Wahrheit. Das stimmt, dementsprechend ist da das Gästemanagement, da gibt es noch Luft nach oben, sagen wir es mal so. Was ist denn mit den 400 übrigen Wurstsalaten passiert eigentlich? Also wir haben ja nicht 700 vorbereitet, das waren tatsächlich nicht so viele, aber es waren schon einige, die wir dann halt am nächsten Tag an das ganze Team auch im Lager und so weiter noch verteilt haben und es gab es dann auch noch, ja auch gekühlt im Kühlschrank auch noch am nächsten Tag im Café. Also der Live-Podcast war geil, fand ich. Das hat richtig Bock gebracht. Das war ja auch deine, es war auch eine spontane Idee. Also ich meine, ich habe dich angerufen und gesagt, Paul, wir brauchen, ich brauche deine Hilfe, bring dein Team mit. Wir müssen das jetzt irgendwie wuppen mit diesen 700 Menschen und da hast du gesagt, okay, ich bringe, ich glaube, vier Leute hast du mitgebracht insgesamt und ich bringe alles mit. Es geht auf meinen Nacken, das war auch richtig nice und wir machen Live-Podcasts. Wir setzen uns da jetzt einfach hin ohne Aufnahme und reden einfach mal und das fanden die Leute, glaube ich, ganz gut, oder? Ja, man konnte halt offener reden. Das ist ja zwar am Mittwoch genauso, da dann an dem Oktoberfest-Ding, dass man jetzt auf einer Live-Veranstaltung ja schon nicht so, also weißt du, wenn man was aufgenommen wird und immer da draußen ist, dann ist es ja schon so, dass ich mir zumindest angewöhnt habe, teilweise ein bisschen vorsichtiger zu sein, erst recht, wenn es auch um irgendwas anderes geht, aber auch, wenn so zwei, drei Haltungssachen, weißt du, also so, manchmal ist es ja einfach, wenn du in einem Gespräch da bist, dann, oder auch bei so einer Veranstaltung guckst du in Gesichter und dann kannst du ja auch schon mal sagen, naja, guck mal, dann musst du da halt auch deinen Arsch hochkriegen und pünktlich sein oder was auch immer. Das würde ich vielleicht in so einer Aufnahme nicht immer so sagen, weil halt die Ebene, die persönliche Ebene fehlt da und dann kommt das nicht so rüber, wie ich es eben meine und dementsprechend bringt mir das immer total Bock. Mir macht sowas ja schon auch Spaß und da dann einfach oft auf der Theke gesessen zu haben, das war schon, das hat auf jeden Fall Bock gebracht und vor allem dachte ich ja, also es ging ja, keine Ahnung, anderthalb Stunden und du hast dann während der Veranstaltung schon angefangen, jetzt gibt es Grauburgunder für alle und dann liefen deine Homies da mit den Flaschen durch die Gegend und dann, oh, ich habe ein Produkt für dich. Oh, ich habe was vergessen, das wollte ich dir, ich habe ein Produkt für dich, mir hat jemand ein Produkt geschickt, das heißt Hangover. Und also, okay, jetzt will ich mal rausfinden, ob du, du hast dreimal Fragen, die ich mit Nein beantworte, immer wenn ich Nein, ist es ein Joker, wenn ich Ja sage, kannst du so viele Fragen stellen, wie du willst. Du musst rausfinden, was es ist und ich bin der festen Überzeugung, dass es wirklich ein Produkt ist, was dein Leben bereichern würde. Okay, let's go. Okay, es ist eine… Aber stell schlaue Fragen, die man mit Ja oder Nein, also denk der Vortrag drüber nach und nicht einfach so, bitte jetzt da reinrennen. Okay, haben wir Zeit? Es ist ein Tennisplatz. Nein. Also pass auf, es ist etwas zum Einnehmen. Nein. Erstes Nein. Ich war mir hundertprozentig sicher. Es ist zu stumpf, es ist ausgecheckt, es ist richtig, also der Name Hangover… Ja, wie soll ich denn dann draufkommen? Ja, weil du schlau bist. Der Name Hangover ist ein richtig gutes Wortspiel, das kann ich dir schon mal als Tipp sagen. Was hat irgendwas mit Partymachen zu tun, richtig? Nur sekundär. Aber also, es sind keine Ja, nein, ich helfe dir jetzt schon so viel. Ja. Klara, du hast den ersten Nein-Joker. Also Paul, warte mal ganz kurz, hier ist 10 vor 11. Du machst jetzt hier so ein Rätselspiel. Ich höre nur, Entschuldigung. Deliver jetzt mal. Was ist denn hier mit Caro Cowabird? Also hier, sag doch mal. Oh Mann, ich weiß es nicht, bitte sag es einfach. Das ist wie so eine Art Geschirr, wie ein Pferdegeschirr, aber in hübsch oder also besser formuliert, das ist eine Handykette für ein Weißweinglas. Das ist quasi, das macht man so um das Weißweinglas drumherum und dann hängt man sich so um den Hals und dann verliert man sein Weißweinglas nicht mehr. Und das Hangover als Name ja wohl genial, oder nicht? Das ist Bombe, ja. Und ich will unbedingt von denen einkaufen für Parisling und Grauburgunder, dass man da dann pro Kiste kriegt man ein Hangover dazu in unseren Farben. Das ist wirklich ein geiles Produkt, weil du ja schon gerne Weißwein trinkst, oder? Ich trinke auf jeden Fall keine Weißwein. Und du verlierst aber immer deine Gläser wahrscheinlich. Und das war aber, also an dem Abend, da liefen dann die ganze Zeit, da hast du dann irgendwann gesagt, ab jetzt geht alles auf mich und dann liefen die mit den Flaschen rum. Und das war schon, also ich weiß, das waren, wo arbeiten die normalerweise? Die, die da gearbeitet haben? Also die helfen eigentlich nur in der Gastrohaus und zwei Jungs davon waren von meinem Stammlokal. Da, wo du auch gearbeitet hast? Ja, genau, genau. Und ey, also ich bin noch nie, also das war wirklich das professionellste Trinken, was ich je, also das war so geil, dass die immer, wenn die dir ein Glas Wein eingeschenkt haben, haben sie dir eine Flasche Wasser, so eine kleine 0,3er Flasche, zwischen was eine Zwieva angedreht. Und dadurch war man nicht so betrunken. Aber was für mich total, also ich dachte halt, wir gehen danach ins Bett und dann ist es fällig, weil ich kam ja auch aus vier Tagen Feuerei, du kamst aus vier Tagen Feuerei. Und ich habe mich schon, ja, darauf gefreut, mich mal auszuspannen. Aber in dem Moment, in dem der Podcast vorbei war, fängt dieser DJ an zu, DJ Mr. Axe. Und ich habe selten so einen guten DJ gemacht. Also das war ab Sekunde eins, Energy Level 100. Aber voll. Und acht Minuten später haben alle 250 Leute oder was auch immer die da waren, alle getanzt. Also es gab nicht einen, der nicht getanzt hat. Und zwar zwei Stunden lang. Das lasse ich auch nicht zu, ne? Also das muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube, ich bin die nervigste Gastgeberin ever. Aber die Stimmung ist da. Voll. Die Stimmung ist dann da. Und da muss man jetzt mal, wenn man lobend erwähnen darf, da war eine von deinen Followern, ich würde ja gar nicht von deinen oder meinen reden, jemand, der uns folgt, hat irgendwie eine Kamera dabei gehabt. Und ich habe selten so coole Fotos gesehen, wie diese fünf, sechs Fotos, die es von dem Abend gibt da. Wo die so weibig noch zwei, drei, also genau das war perfekt zusammengefasst, wie dieser Abend war. Und wie alle gedenzt haben. Das war großartig. Also erstmal Glückwunsch, liebe Caro. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber das ist schon krass. Also es läuft alles. Es ist nichts eskaliert. Es sind keine, ich hatte ja davor ein bisschen Schiss, dass vielleicht, man sieht ja schon, also hier in L.A. passiert sehr oft, dass wenn so Chaos entsteht, gehen Leute auch einfach irgendwo hin und nehmen sich dann die Jacken, sagen wir es mal so. Das wäre ja vielleicht auch möglich gewesen bei euch. Oder dass irgendwas schief geht, dass irgendjemand zusammenklappt. Ja, das ist jetzt am Wochenende passiert, dass jemand die Jacke mitgeklaut hat. Eine. Meine Jacke wurde geklaut, ja. Beim Feiern. Also die ist noch nicht draußen, diese Jacke. Also die ist quasi jetzt produziert worden, die kommt in zwei Wochen online. Und die ist sehr auffällig. Die ist großgrün, giftgrün ist die, ja. Die ist weg. Aber die hat vielleicht jemand aus Versehen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht war der farbenblind. Ja, voll. Da waren auf jeden Fall 20 schwarze Jacken und eine war giftgrün. Aber es war die wärmste, glaube ich. Und hätte ich gewusst, dass die Garderobe unbeaufsichtigt ist, hätte ich sie natürlich auch nicht hingehangen. Also ein bisschen selber schuld. War dein Handy drin? Nein, nein, nein. Nee, da waren auch ein paar andere Sachen drin, die ich gerne zurück hätte. Aber gut, egal. Wir gucken uns gerade die Aufnahmen an vom Areal, weil es ja alles Video überwacht. Und das fällt natürlich schon auf, wenn jemand mit einer grünen Jacke da rausläuft. Was ich dann aber mache mit diesem Video, weiß ich dann halt auch nicht. Let it go. Es ist wie es ist in zwei Wochen, also auch wurscht. Und da ist jetzt nicht von deinem verstorbenen Opa die Urne mit der Asche drin, oder? Also gegebenenfalls ohne dir jetzt zu nahe treten. Ja, aber es ist die erste Jacke von der Kollektion. Das liegt mir schon am Herzen. Deswegen ziehst du sie auch Samstagabends im Feiern in Stuttgart an. Nein, also A in Eislingen, da ist die Welt in Ordnung. Und ich dachte, die ist halt bewacht. Also ich dachte, man gibt es ab, kriegt ein Märkchen und holt sie dann nachher wieder. Und irgendjemand von unserer Partycrew hat die die Jacken genommen, hat gesagt, ich bringe die mal weg. Und dann ist das voll an mir vorbeigegangen, dass die halt eben nicht bewacht ist. Und ja, aber wie gesagt, es ist jetzt auch egal. Es kommen noch 600 Jacken. Da kannst du ja eine rausnehmen. Das war auch echt, also ich sag mal so, ich hab mir ja auch ein, zwei Produkte dann einfach so genommen. Da wird schon ziemlich genau drauf geguckt bei euch. Also das ist in Eislingen, in der Karakawa World, wird nicht so lapidar. Bei uns gibt es schon mal den einen oder anderen Hoodie auf meinen Nacken. Einfach so, komm, nimm mit, alles gut. Aber bei dir, die wissen ganz genau, wie viele Westen ich schon in meinem Besitz habe. Und da habe ich gesagt, ich brauche eine neue Weste. Und dann habe ich gesagt, das ist ja schon die dritte, Paul. Und ich so, was? Das ist gut. Ja, vor sieben Wochen, vor vier Wochen. Da wird ganz genau, die Buchhaltung stimmt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da brauchst du keine Angst haben. Ich möchte aber noch über was anderes mit dir reden. Also Glückwunsch, mega geil. Und wer noch nicht da war, sollte da einmal auch hinkommen. Weil ich finde, Kaffee hin oder her, das sieht natürlich slick aus und das ist geil und schmeckt auch alles geil da. Ich finde, das Beeindruckendste finde ich den Store. Weil das tatsächlich eine physische Erlebbarkeit eines virtuellen Produktes macht, was mich nachträglich bis heute unfassbar beeindruckt hat, wie geil deine Klamotten da aussehen, wie geil dieser Store ist und wie geil das ist, was zu haben. Und wo man durchläuft und wo, das ist ja wie ein Showroom auch und wie geil das da gehängt ist und wie geil der ganze Innenausbau war und wie sexy all deine Sachen da drin hängend aussahen. Auch das blaue Strickkleid, ne? Sieht auf einmal gut aus. Das hängt da nicht. Sonst hätte ich das jetzt nicht gesagt. Insofern ist die, also es ist wirklich... Wow, du warst ja richtig aufmerksam. Es ist wirklich beeindruckend, wie geil das aussieht. Und da kannst du am allerstolzesten drauf sein, finde ich, wie geil dieser Store aussah. Und wie geil es jetzt auch ist, dass es dunkel ist und der ja immer beleuchtet ist und man da vorbeiläuft und denkt, okay, das ist schon echt large. Also das ist krass, wie geil das da aussieht. Und ja, Glückwunsch. Und es lohnt sich, da vorbeizukommen. Und am nächsten Tag sind wir aber ja dann morgens um sieben nach Freiburg gefahren. Und da würde ich schon... Also der eine oder andere, der uns hier zuhört, weiß, dass das letzte Woche der Podcast mit Jan Ullrich rausgekommen ist und kennt den Podcast auch. Du musst endlich mal nicht so tun, als ob du irgendwas dir anhören würdest, was ich so herstelle. Sondern du warst ja live dabei. Du wirst... Ich war live dabei. Wie war das für dich? Also ich möchte mal deine Perspektive, weil da haben wir auch noch nicht so richtig drüber geredet, Und wie hat sich das... Also war dir überhaupt klar, wo wir da hinfahren? Wie war... Was hast du dabei gedacht? Wie war das alles? Wir haben die ganze Fahrt-Dokus über Jan Ullrich gehört, über einen Podcast. Natürlich. Also spätestens da war mir dann bewusst, wo mir zumindest ein bisschen bewusst, wo wir hinfahren. Aber kanntest du den davor? Hab das schon noch? Erste Frage. Ja, also wirklich ernsthaft. Ich kenne ja immer viele Menschen nicht, die du mich da immer abfragst. Aber ich kannte den tatsächlich. Und deswegen, weil meine Eltern damals das auch voll fleißig geguckt haben. Also es lief dann immer im Fernsehen. Und man hat den Namen auf jeden Fall... Also der Name war damals ja Programm irgendwie. Und ich habe da auch so, weiß nicht, so ganz im Hinterstübchen irgendwie noch so ein paar Ausschnitte im Kopf, wie wir da vorm Fernseher gesessen haben. Mehr disinteressiert von meiner Seite aus. Aber es lief auf jeden Fall. Und man hat diesen Hype damals ja schon auch irgendwie gespürt. Und meine Mama war damals auch Fan und so. Und ich habe sie auch nach unserem Besuch bei Jan auch nochmal darauf angesprochen. Und auch mein Papa kannte den und so. Und die kenne auch meistens niemand. Aber geil. Auf jeden Fall sind wir da los und haben diese Podcasts angehört. Und du hast mir dann auch nochmal einiges erzählt. Du hattest ihn ja kurz zuvor ja auch schon Besuch gehabt. Und ich war sehr gespannt, was auf mich zukommt. Weil dann schon auf der Fahrt allein schon ganz viele Eindrücke so auf mich eingeprasselt sind. Und ich war schon so, ich würde schon was sagen, ehrfürchtig. Aber das passiert mir mit dir ständig. Wir gehen ja immer ständig irgendwo hin zu irgendwelchen Persönlichkeiten, wo andere wahrscheinlich sofort umkippen würden. Bei mir ist es meistens die Unwissenheit, die mich halt nicht umkippen lässt. Und dann standen wir plötzlich da. Da geht dieses riesengroße Tor auf. Und dann waren wir, was war das, ein Bunker? So ein ehemaliger Militärbunker. Ja. Ja, und da stehen sie. Da steht Jan mit seinem Manager, war das? Ja, Mike. Mike. Und dann begrüßen die uns so herzlich. Die haben mich direkt umarmt und haben mich gleich gefragt, was ich mache. Und dass sie schon von mir gehört haben von dir. Und das war sehr, mal wieder, also wirklich, das wiederholt sich, immer und immer wieder, wenn ich mit dir bei irgendjemand bin, die haben alle eins gemeinsam. Die sind unfassbar nahbar und sehr authentisch und sympathisch einfach und so herzlich. Und ich liebe das ja. Und plötzlich hat man auch so eine Energie gespürt. Ja, aber es war so diese, also meine Ehrfurcht war weg. Erstmal, weil ich so dachte, okay, es ist so, es ist so normal hier. So, ey, lass die Schuhe an, willst du einen Kaffee, willst du ein Wasser? Ach komm, trink doch ein Wasser. Da waren die ganzen Spielsachen von den Kids, von dem Mike. Und man hat sich so wohl gefühlt gleich. Und dann habt ihr euch draußen hingesetzt, habt dann angehört. Wie geil war das, dass ich ihm gesagt habe, hast du mitgekriegt, dass ich ihm am Anfang gesagt habe, nimm das Mikro sehr nah am Mund, so ungefähr so. Und er dann sofort ist so nah wie noch kein Mensch und auch nicht mehr weg. Also es war in der Unterlippe, also es war mehr im Mund als am Mund, aber es war genial. Es war die beste Soundfrierte, die wir je gehabt haben, weil der den Befehl, also Joko hat es in drei Jahren Podcasten nicht geschafft, in ein Mikro zu reden, weil der immer so dann zwischendrin in die Richtung und dann zwischendrin wieder da hinguckt. Und wenn das Mikro ihm nicht folgt, wo er hinguckt, dann klingt das nämlich so, wie es jetzt gerade ist. Aber wie fandst du das Gespräch? Also was hat das mit dir gemacht? Weil du warst ja nun mal live dabei, du saßt da nebendran und sonstig und hörst dir an, wie wir da so, ja, was wir so besprechen. Ich habe ja schon davor auch mit dir gesprochen, was so mein Ziel vielleicht wäre, also so, dass ich den Menschen eher porträtieren will als, oder was heißt porträtieren? Ich möchte näher bringen, ich will was Positives machen, ich will, ja, das, was mich so an dem fasziniert hat und an dieser Radtour fasziniert hat, das möchte ich vielleicht festhalten. Und also, was denkt man da, wenn man nebendran steht? Und eigentlich würde ich das auch gerne mal tun. Also ich würde auch gerne mal bei Podcastaufnahmen nebendran sitzen und da mal zuhören. Also ich habe erst mal eine WhatsApp verschickt, dann meine, also ich habe so eine Freunde-WhatsApp-Gruppe und habe gesagt, ich sitze jetzt hier gerade einfach. Hast du ein Foto gemacht? Hast du ein Foto gemacht? Nein, 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 wirklich nicht. Nein, das hätte ich mich niemals getraut in diesem Militärbunker. Nein, aber es war wie alles gefühlt mit dir, es ist ja so real. Ich saß einfach da, habe mich gesondert und es war, also so wie du schon gesagt hast, du hattest mir so ein bisschen deine Ziele und so erzählt und das hast du unfassbar gut gemacht. Also es war sehr, ja, Jan kam einfach so unfassbar natürlich rüber und hat aus dem Nähkästchen geplaudert und es ging eben nicht mehr um diese Skandale und es ging nicht immer um das, was die Leute irgendwie gefühlt immer noch hören wollen und das hast du sehr, sehr gut gemacht und ich habe, keine Ahnung, was soll ich dir sagen, ich meine, auch die Fahrt danach, also du hast ja schon sehr aufgeregt irgendwie. Total. Du hast ja auch so einzelne Sequenzen an deine Freunde geschickt, wo du gesagt hast, die fallen vom Glauben ab, dass Jan zu dir sagt, du bist sein Vorbild, ne? Das kann ja nicht sein. Also da ist ein Fehler in der Matrix. Ja, irgendwas, ja. Aber nein, das war ein sehr, es war ein Gespräch, als würdet ihr euch irgendwie schon seit 30 Jahren kennen. Wirklich, also es war wirklich schön. Also mir, mir, also ich habe auch wirklich noch nie so viel positives Feedback wie auf die Folge ever bekommen und wir, also du hast auch die drei Sachen, die er dann doch gesagt hat, so Sachen, die ich eigentlich nicht da drin haben wollte, die habe ich ja alle rausgenommen, ne? Also so diese drei, vier, ja, grenzwertigen Dinge, die habe ich dann, weil ich das nicht wollte und trotzdem hat die Bild wieder die negative Schlagzeile, also weißt du, so die deutsche Presse hat schon echt Bock, negative Dinge da dann, selbst aus den Sachen, wo fast nichts mehr drin war, haben sie den einen Satz rausgepickt wieder, aber nichtsdestotrotz war es, also ich fassungslos darüber, was für Zuschriften ich gekriegt habe und wie viele Leute darauf reagiert haben und wie viele Leute das geteilt haben und wie viel Support da auch da war, das ist dann schon auch immer geil, das da so zu sehen und das ist natürlich nicht vergleichbar wie mit einer Store-Eröffnung, was du da gehabt hast, aber vielleicht, glaube ich, eine ähnliche Energie, weißt du? Also weil irgendwo spürt man dann halt doch, dass was zurückkommt und das ist dann schon echt viel wert und also die Woche war natürlich für mich total geil, ich war ultra aufgeregt, als ich das dann gepostet habe und war auch davor so die ganze Zeit, ich wusste nicht, wo ich jetzt, also wie ist jetzt, ja, so, 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 ich bin normalerweise, wie jetzt, nehmen wir Montagabends auf und veröffentlichen dann direkt am Dienstag, weil ich das ja ganz gut finde, das so live und direkt und schnell und habe gar keine Woche da zwischendrin, da muss ich eine Woche ruhig sein und auch, also, Oktoberfest war ja auch geil, war ja auch eine wilde Party nochmal, wo ich auch bis heute nicht verstehe, wie du überhaupt zum Flughafen gekommen bist am nächsten Tag, aber das... Haben wir auch durchgemacht, ja. Das lassen wir auch mal und da habe ich echt viel Energie in der letzten Woche draus gezogen, angefangen bei dir, dann natürlich das Jan-Urrichting, aber auch das Oktoberfest mit 100 Leuten, die da ja waren und so ein bisschen ähnlich wie dein Freitagabend, so fühlte, also so ein bisschen, weißt du, es ist ja so ein bisschen Friends and Family mäßig gewesen und das alles zu spüren und das alles in echt mal zu haben und dann auch, dann hatte ich Rides am Freitag, Samstag, Sonntag, also diese Fahrradsachen nochmal und das alles so zu erleben, wie Leute, ey, am Sonntag waren Leute, die nicht mitgefahren sind, waren kurz da und wollten, da war einer da, der stand einfach um 9 Uhr schon da, Sonntagmorgens in Düsseldorf und wollte einfach nochmal Hallo sagen und sich bedanken, weil er, und das ist echt oft passiert in der Woche, dass viele Leute anscheinend jetzt abnehmen wegen mir und so einen kleinen, also nicht wegen mir, das stimmt nicht, sondern die nehmen wegen sich ab, aber die nehmen wegen sich ab, ist das richtig? Ja, klingt total komisch, ne? Aber vielleicht habe ich denen einen kleinen Schubser gegeben. Für sich. Ich bin immer noch beim Überlegen. Das ist auch egal, es klingt einfach nur bescheuert. Und das aber, natürlich ist es echt krass, was das mit einem macht, weil, weil, und wenn es nur 0,05 Prozent Impact auf das Leben von diesem Menschen ist, das ist schon echt eine Qualität, die ich so davor nicht hatte, ne? Und die ich so nicht, und da war auch beim Run Club, war jetzt jemand hier Mittwoch abends zurück in L.A. wieder, da war einer dabei, der hat Life of Paul Folge 1 noch, also der sagt, da hat er angefangen als 15-Jähriger, hatte das entdeckt irgendwie, das waren so die Making-ofs vor 15 Jahren, und jetzt ist er 30 und studiert hier an der Uni Film in L.A. und sagt, naja, das war es schon auch du, der mich da durchaus mehrfach inspiriert hat und das macht mich natürlich schon auch ein bisschen stolz, muss ich schon echt auch zugeben. Und das war an dem Wochenende geil. Das war ganz lustig, weil der Mensch, der mich besucht hat, und es war mir auch nicht klar, dass es sowas gibt, aber der hat, der habe ich dann gefragt, also am Sonntagmorgen in Düsseldorf, gefragt, was machst du so? Und der war hauptberuflich beim Finanzamt, glaube ich, und da habe ich so, oh, Zwangsvollstreckung, guck bitte bei mir nicht, also die, aber was machst du denn so privat? Und so weiter, hat er gesagt, als Hobby ist er Convention-Gänger und Fotos mit Prominenten machen. Das ist ein Hobby. Das fand ich ein neues, das habe ich noch nicht gewusst, dass es das gibt als Hobby und auch Conventions. War mir nicht klar, dass es so, es gibt so Fotokonventions, da kannst du hingehen und kannst Fotos auch mit so Filmfiguren machen. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Mit so, von Star Wars steht dann da jemand, aber auch, ja, ich glaube jetzt nicht Giovanni Zarella, aber so zwei, drei Leute sind, die vielleicht mal bei GZSZ oder so waren, die sind dann da auch da. Dann kann man mit denen Fotos machen und das ist natürlich ein ausgefallenes Hobby. Aber er hat mich natürlich, natürlich habe ich sofort gefragt, wer sein Berühmtester war und ja, da war er absolut überzeugt, dass ich das gewesen sein soll in dem Moment. Ich glaube aber, er hat dann doch mit Harry Styles, glaube ich, ein Foto gemacht und da muss ich neidlos anerkennen, dass der ein bisschen, ein bisschen, ein kleines, ein Müh, so andersrum ist. Ey, die Woche war schon wieder geil und ich glaube auch, und das wäre schon was, was mich total interessiert, wie, also das ist ja jetzt eine ganz neue Situation für dich auch, also dass du, du hast ja jetzt was, was, wie gesagt, ganz, ganz klein, aber ähnlich, ich ja schon hier seit einem Jahr habe und ich ziehe da so viel Energie draus, dass Leute hier vorbeikommen, man kurz, das auch anfassbar bleibt oder also auch die ProSieben-Leute, die mir beim Podcast helfen und die waren da ja, die saßen neben dir, glaube ich, nee, gegenüber von dir am anderen Tisch am Oktoberfest, die waren total fassungslos darüber, die haben gesagt, wie geil ist es, dass man diese, diese Zielgruppe, die man ja, die vermarkten mich, also die verkaufen die Werbung und da reden sie ja immer darüber, was so ein AWFNR-Hörer so für ein Typ Mensch ist, der ist halt eher männlich, der ist ein bisschen älter, der ist auch ein bisschen einkommensstärker, also der ist halt kein Student und der ist jetzt auch nicht 16, sondern der ist halt irgendwie so im Durchschnitt 28 bis 35 und hat auch ein höheres Einkommen und ist auch gebildet, interessanterweise, was mich ein bisschen wundert, zumindest sagen das die ganzen Marktforschung, das aber mal zu sehen und zu fühlen, weil alles, diese 100 Leute, die da waren, waren ja einen Querschnitt auch an AWFNR-Hörern und die waren total fassungslos, das zu erspüren, weil es ja doch nochmal was anderes ist und das habe ich hier auch die ganze Zeit, immer wenn jemand vorbeikommt, das wirst du ja ab jetzt total geil haben, dass du spürst und das ist ja eben keine Boutique, sondern ein riesengroßer Store, aber das eine ist ja irgendwie, dass Shopify dir sagt, oh, du hast eine Jacke verkauft, das andere ist, das in echt zu sehen und zu spüren, ich glaube, da hast du echt was geschaffen, was total geil wird und ich kann mir voll vorstellen, dass du wahrscheinlich, hängst du auch die ganze Zeit im Store rum, oder? Und guckst dir Leute an und sagst, bist du, also wahrscheinlich bist du ein mega guter Verkäufer, oder eine Verkäuferin, also du gehst ja wahrscheinlich ran und sagst, jetzt komm, da würde ich noch das eine Neonteil dazu stylen, das wäre perfekt, gebe ich dir für 20 Prozent weniger. Genau, vielleicht ist es sogar so ein bisschen. Ja, ich war jetzt am Samstag, wir hatten eine richtig coole Aktion, eine Würfelaktion, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine… Ja, man, 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 das ist total okay. Ich finde das, ich habe es gesehen und habe mich gefreut. Ich finde es gut und ich habe jetzt auch nicht den Würfel erfunden. Nee, das stimmt, aber trotzdem, ich habe mich sehr von dir inspirieren lassen. Ich habe es nur vergessen zu erwähnen, ist mir dann aufgefallen, als plötzlich ein Anruf von dir auf meinem Handy war. Ich so, oh Gott, der ruft bestimmt wieder wegen der Würfelaktion an. Nein. Nein, also auf jeden Fall war das krass, es waren sehr viele Menschen auf einmal wieder da und damit habe ich nicht gerechnet und ich musste mich auch irgendwann mal zwischendrin einfach setzen, weil ich das nicht fassen konnte. Ich habe mir das angeguckt, es waren Leute, die… Also es war jetzt nach der Eröffnung, habt ihr ein Event gemacht und habt, also so ehrlich kann man ja sein, das wird ja wahrscheinlich so sein, dass ihr jetzt überlegt, wollen wir was Spezielles machen am Samstag? Ja. Und dann habt ihr gesagt, okay, dann machen wir, Caro ist safe da und es gab irgendwie, es gab einen Würfel und dann hat man entweder einen Kaffee gekriegt oder 20 Prozent oder einen Schal oder sowas, ne? Richtig. Und jeder durfte einmal würfeln oder was? Genau, wir haben einen DJ hergeholt, nicht DJ Mr. X und anderen, der hat ein bisschen Musik gespielt. Wie viele DJs kennst du denn eigentlich? Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, die Stimmung ist super, sag ich dir. Und ein bisschen Grauburgunder gab es dann zum Probieren, so Probiererle, Probiererle im Schwabelländle und das war mega Stimmung und dann war auch eine Riesenschlange wirklich, die ging fast durch den ganzen Store bis hin zu den Umkleidekabinen. Da bin ich erst mal im Grauburgunder durchgelaufen. Dann gab es erst mal Grauburgunder für alle. Und ich habe es nicht fassen können, so weißt du, da haben sie gewürfelt, da haben sie sich unterhalten, da wollten sie Fotos, da haben sie alles anprobiert und die sahen so, also ich meine, da hängen ja auch deine Sachen, muss man ja auch mal dazu sagen und die sind auch, ja, gefühlt schon fast alle weg. Die werden sehr gehypt bei uns hier in Eislingen. Sehr gut. Ja, und ja, und dann, ich musste mich irgendwann setzen und dachte so, ich kann, ich fasse es nicht so, dass dann auf einmal Leute samstags dastehen und hier einkaufen. Das macht mich, glaube ich, immer noch absolut passungslos. Jedes Mal aufs Neue. Aber es ist doch mega. Also ich meine, das ist doch auch viel, ich kann das schon nachvollziehen, es ist schon auch geil, das anzuziehen und mitzunehmen. Also ich würde auch in den Store gehen. Ich glaube, ich würde auch und das ist dann schon auch so, jetzt sind ja deine Schnitte wie auch meine Schnitte durchaus manchmal ein bisschen ungewöhnlich und gerade so, wie viel Oversize ist es denn? Und ich glaube schon, dass Leute auch Bock haben, eben nicht Sachen immer zu retunieren und hin und her und was auch immer, sondern, dass man da mit etwas rausgeht. Deswegen, das ist auf jeden Fall gut. Und wie viel, also hast du ein gutes Geschäft mit den Würfelsachen? Also bei mir ist es schon so, dass erstaunlich viele Leute dann doch ein Sechser-Pasch erwürfeln, was bei uns 66 Prozent, dann zahle ich erheblich drauf und frage mich jedes Mal warum mache ich das eigentlich. Aber ich habe auch, es macht mir dann schon auch Spaß und ich freue mich dann auch für die Person. Aber dann kann ich es eigentlich auch gleich schenken. Wie war das da? Hast du Würfel Glück oder Würfel Pech gehabt? Wird ja auch eine Zahl gegeben haben, wo es nur so ein High Five gab, oder? Oder waren alle gewonnen? Nein, jede Zahl war belegt, aber wir reden hier von, es gab mal eine Cappy zum Beispiel auf Platz 1, dann gab es irgendwie 10 Prozent. Das Maximale waren 20 Prozent. Dann bei dem Sechser gab es den Coffee-to-go-Becher, den man dann auch auffüllen lassen konnte im Café. Und dann einmal, glaube ich, noch Socken waren es. Ne, ein Armband, ein Armband. Und die Leute haben leider, also ich meine, ich war nur bis 13 Uhr da, also ich war von 10 Uhr bis 13 Uhr da, weil ich zum nächsten Event musste. Und jedes Mal, wenn ich dann da stand, haben die immer eine Eins gewürfelt. Und das war halt die Cappy. Und die ist cool, um Gottes Willen, aber ich hatte denen halt irgendwie so mehr Prozente gewünscht, weil die dann schon auch gut eingekauft haben. Und ja, aber ja. Haben jetzt alle Kappen. Wie sagt man so schön? Ja, genau, die Kappen, die sieht man jetzt überall. Da wisst ihr Bescheid. Das liegt am Würfelspiel in Eisling. Das ist auch ganz schön. Eine letzte Frage, bevor wir dann ins Bett gehen. Ist es denn, hast du jetzt schon, ich darf noch mal ein bisschen schnippisch werden zum Abschluss, oder? Nach der Lobhudelei der Letzten. Und da muss ich echt sagen, da gab es ja, gab es einen Moment, wo der liebe Chris Nanou bei unserem Live-Podcast im Oktoberfest, da haben wir ja zwei Stunden durchgehend gepodcastet. Und da hat er was echt Nettes gesagt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, während ich zugehört habe draußen mit diesen, das war schon abgefahren, oder? Mit diesen komischen Kopfhörern. Hast du da am Anfang zugehört? Also hast du das, was wir gesendet haben, dir eigentlich reingezogen? Auf jeden Fall, die ganze Zeit. Nur kurz, ich war auf der Toilette. Ich wusste gar nicht, dass es eine Toilette auf unserer Ebene gibt und bin dann irgendwie durchs ganze Bierzelt gelaufen und irgendwann war halt der Empfang weg. Also war ich mal kurzzeitig raus. Aber so, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent von dem habe ich schon mitbekommen, ja. Und Chris hat ja dann irgendwann zu dir gesagt, dass ich schon Lester Bernd wäre und immer mal wieder schnippische kleine Geschichten über Rapper und was auch immer erzähle, aber noch nie was Negatives über dich gesagt hätte. Ja. Ich glaube, er hat den Begriff mit Engelszungen drumherum und deswegen finde ich, wenn wir dann im One-on-One wie hier sind, darf ich auch ein bisschen kritisch mal schnippisch, kleine, ja, wie sagt man, wenn man dich so ein bisschen ärgert, die, als ich da stand und so durch die Hallen gelaufen bin und was auch immer, die Tatsache, Das finde ich gespannt. Also, wenn man da jetzt so rumläuft, wie oft dein Name da steht, also wie oft man potenziell Caro Kauer lesen kann. Brand-Fading. Ich möchte nur, dass du vorsichtig damit umgehst und nicht zum Narzisst wirst, wenn du die ganze Zeit, wenn du das so völlig normal findest, dass jetzt überall halt dein, da steht halt mein Name drauf, ja klar, ist ja auch mein. Und also, das Ende ist natürlich tatsächlich, und das müssen wir dann mal besprechen mit dem Oberbürgermeister von Eisling, ob man Eisling umbenennen kann. Ob man das in Kauerling zum Beispiel. Ich wäre bereit, dass das so eine Mischung wäre, aber ich finde, Caro Kauerling fände ich schon angemessen für Eisling. Ich schlage es mal vor. Aber eine Straße muss schon möglich sein. Ich finde so eine kleine Straße, das ist das Einzige, was ich nicht so richtig geil fand. Alles andere fand ich sensationell, aber dass der Store und das Café nicht in der Caro Kauer Allee eins ist, das finde ich nicht ganz so schön. Das hätte man schon möglich machen können. Und da, vielleicht gibt es eine Petition, kann man auf change.org sich dafür einsetzen, oder nur so eine Sackgasse, weißt du, also dass man so ein kleines Rondell, es muss ja keine richtige Straße sein, aber sodass die Adresse da ist. Habt ihr die Insta-Orte sauber gemacht? Kann man es richtig taggen inzwischen? Nein, noch nicht. Machen wir jetzt die Woche. Deswegen ist mir nämlich aufgefallen. Du mit deinen Ideen. Habe ich auch nicht. Das ist wichtig. Ja, ich weiß, das ist total wichtig. Da haben wir die richtige Scheiße gebaut mit Conny zusammen, weil okay, cool, mega geil, alles perfekt, alles super. Zweite Filiale, okay, cool, Altstadt, ab dann, seitdem kann man es nicht mehr taggen. Weil okay, cool, zweimal ist, an zwei Orten und sich deswegen aufhängt und so weiter. Ist aber wichtig. Also Tagbarkeit, durchaus sehr, sehr wichtig. Hast du noch was zu tun? Caro, ich entlasse dich in die Nacht. Was steht an die Woche? Was machst du jetzt noch? Was passiert? Wir sprechen ja erst wieder in vier Wochen. Wir sprechen erst im November. Machst du beim Oktyoga mit? Weißt du überhaupt, was der Oktyoga ist? Hast du es gesehen? Hast du gelacht? Hast du gedacht? Ich habe gelacht, ja. Ich frage mich immer so, ich weiß nicht, also du kommst auf die Ideen, das weiß ich, aber das so, also mir wäre das zu viel. Du machst ja nur noch Sport gefühlt. Also im September habe ich nicht fertig hingekriegt. Nee, hast du nicht? Nee. Hast du mich irgendwelche Läufe sehen lassen? Nee, das habe ich schnell in Ibiza aufgegeben, das hat nicht geklappt. Ja, okay, okay. Und dann war man ja auch sofort raus. So, de facto ist es so, ich habe mich noch nie so gut gefühlt, wie als ich das einmal vor drei, vier Jahren oder so, habe ich einmal ein 30-Tage-Yoga-Programm gemacht. Das ist unfassbar. Also was das… Was nicht letztens auch mit so Steinböcken oder was? Oder Ziegen? War das nicht auch Yoga? Mit Ziegen. Ziegen-Yoga. Goat-Yoga mit Lewis Hamilton und hier Tom Brady. Geil. Die waren alle am Start. Und auf jeden Fall waren die… Also wenn du da mitmachen willst, kannst du dich jetzt noch anmelden, auch Yoga jeden Tag ein bisschen. Naja, ich wollte ja eigentlich auch heute über Ziele mit dir sprechen, weil ich mir was anderes vorgenommen habe. Das besprechen wir aber vielleicht dann demnächst. Ich liebäugel damit am 18. März. Da ist… Jetzt ist natürlich… Ich bin ja 41. Ich bin ja so ein middle-aged man. Was machen so 40-jährige männliche Trottel-Idioten? Die laufen Marathon. Und es gibt den LA-Marathon, was der einzige Destination anscheinend ist. Also man läuft oben am Dodger Stadium los, am Schild vorbei und dann landet man am Meer. Man läuft einfach nur zum Meer und es ist echt eine wunderschöne Strecke und es ist im März, es ist genau in sechs Monaten und während ich so rede, merke ich, dass ich den machen werde. Also ich werde… Das ist eigentlich… Also es ist tatsächlich ein Traum von mir, einmal einen Marathon zu laufen und ich glaube, das werde ich jetzt tun in LA im März. Läufst du mit? Du meldest dich jetzt an. Ich? Ich war ja mal mit dir laufen, das war jetzt nicht… Da müsstest du ein bisschen üben, würde ich sagen. Ja, müsste ich noch ein bisschen trainieren. Ah, nur ein bisschen. Müsste ich jetzt vielleicht anfangen. Auf einmal bist du ja gar nicht 40 und männlich. Ist schon so ein komisches Boomer-Ding, würde man sagen. Also insofern, ich will dich da nicht reinlabern. Aber du darfst jetzt darüber entscheiden, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Man muss schon sechs Monate trainieren, man muss zum Läufer werden, man muss jeden Sonntag dann so längere Läufe machen. Aber fändest du das gut und finde ich da noch einen Sponsor in deinem Umfeld, der mir dabei hilft, das anzugehen, weil das muss ja möglich sein, oder nicht? Herr Adidas, Herr Nike, Herr New Balance, also irgendeinen, da muss es doch jemand geben, der mich zum Marathon… Intersport aus Eislingen. Würde da was gehen? Ich wollte die Maultaschen schon mit dem Metzger machen bei euch. Ja. Nachdem die Paul-Taschen mir abgelehnt worden sind von Bürger. Die haben einfach gesagt, auf gar keinen Fall machen wir mit ihnen ein Produkt. Und alle, die da waren bei dem Live-Podcast, haben gesagt, wie dumm, dass sie das ablehnen. Voll. Dumm. Aber Bürger, also das Produkt ist leider immer noch richtig, richtig gut, aber wenn die keine Paul-Taschen für mich machen, dann boykottiere ich die jetzt. Ist vorbei. Haben sie davon. Ja, ich mach das, ich mach mit. Du machst mit? Ich mach mit, ich kaltiere. Und wenn ich will, einfach nur Paul-Taschen machen. Das ist auch noch ein Traum von mir. Haben wir schon zwei Sachen. Hier, eine Paul-Taschen und einen Marathon laufen. Aber also du sagst, ich soll es machen? Auf jeden Fall. Du bist ja auf einem guten Weg. Ich meine, was du dieses Jahr schon alles gemacht hast, eigentlich müsstest du jetzt schon den Marathon laufen können. Das sind 42 Kilometer. Ich glaube, das ist schon echt nochmal ein anderer Schnack. Das ist glaube ich nicht so. Und ich will es ja schon, ich will es unter vier Stunden laufen. Also das ist ja, alles andere ist glaube ich nicht ernst zu nehmen. Also wenn, dann muss, und das ist schon, also da bin ich weit entfernt von. Ich habe es mal ausgerechnet, da kann ich noch nicht mal, also es sind 42 Kilometer, nicht mal einen Kilometer kann ich in dem Tempo laufen, was ich da laufen muss. Also das ist schon viel, viel, viel Arbeit. Aber das ist auch mein Ziel. Das ist gut. Ja, sechs Monate. Das ist auch ein schönes Zeitding. Und ich habe auch schon mein halbes Umfeld hier aktiviert. Also wir sind schon, der Paris Run Club ist schon zu acht. Also wir sind schon acht Leute, die hier Olaf macht mit, David macht auch mit, der hat auch fest zugesagt. Voll geil. Also so, da kommen glaube ich auch ein paar Leute aus Deutschland, die dann so mitlaufen. Und Eugen ist am Start, mein heißgeliebter Eugen, der ist Berlin Marathon in 2,45 gelaufen, während er ein Erdinger alkoholfrei in seiner Hand hatte. Also das war, hier Erdinger alkoholfrei, wollt ihr nicht? Mein Partner im Marathon. Vielleicht ist das jemand, der da war. Ich wollte ja mal den Heidelberg-Man machen. Naja, hat leider nicht geklappt. Na, dann bin ich gespannt, ob das klappt. Wir halten das fest. Caro, ich wünsche dir eine gute Nacht. Und was passiert die nächste Woche? Ich habe dich gefragt und dann habe ich, wie immer, einfach losgeschwallt. Was passiert bei dir so? Was steht an? Wie gehst du? Alter, ist es jetzt? Ich habe eine einzige Frage. Wir haben ja zusammen einen Livestream moderiert. Das war das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben. Hocherfolgreich, finde ich. Nicht ganz technisch super erfolgreich, weil uns ein kleiner Hiccup passiert ist, aber also die Zahlen und alles, das war richtig pioniermäßig mit Regie und richtigen Bild auf Instagram und es war ja alles voll geil. Jetzt waren wir da ja, ich würde sagen, gemeinsam als Moderatoren tätig. Und, 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 Du hast, ja, du hast mich da so durchgeleitet, ne? Genau. Du wolltest mich durchleiten. Also ich habe zwei, dreimal gesagt, so, ja, Caro, mach dir keine Sorgen, du warst so ein bisschen nervös und ich so, ja, das mache ich schon. Ich bin ja, ich bin ja echt ein alter Hase im Moderatorengeschäft. Ich mache das relativ lang und das ist sowas, was ich, also, wenn ich eins kann, dann reden und so weiter. Und da bin ich, also, da schwimmst du einfach mit. Da bist du einfach das Plus Eins, da fällt ein bisschen was von meinem Glanz auf dich ab, automatisch, wenn du neben mir stehst, quasi. So, und vier Tage später hat von einem von uns das Telefon geklingelt mit einem Moderationsjob, der, also eine Anfrage. und ich bin so, das war jetzt nicht mein Telefon, komischerweise. Die haben sich verweht. Die haben gedacht, ich bin, die haben gedacht, ich bin deine Assistentin wahrscheinlich. Bei mir hat jetzt noch niemand angerufen und wollte auch nur irgendwo irgendwas anderes von mir haben, aber bei dir führt ein Livestream dazu, dass du jetzt Moderatorin bist. Findet es statt? Du musst nicht, du darfst nicht drüber reden, was stattfindet, aber findet es statt? Ich weiß es noch nicht so richtig, also wir sind eigentlich schon, das Ding ist, keiner traut sich so richtig, also darüber zu, also keiner sagt so, ey Caro, wir haben den Job so auf die Art, gerade das Management und so, mit denen telefoniere ich immer und da geht es immer so um so Kleinigkeiten, können wir das machen, wir brauchen ein Hotel ja mit Kids, weil ich nehme ja dann die Kids mit und so weiter, weil das ja auch im Ausland stattfindet und so und dann geht es immer nur darum und dann sage ich immer, ja, aber wir sind jetzt schon so weit, habe ich denn jetzt den Job und keiner traut sich das so richtig, weil keiner auch so richtig inklusive mir, ohne dich zu unterbrechen, aber ist überhaupt schon raus, dass Heidi Klum das nicht mehr macht? Jetzt ist es raus, nein, nein, ey, ich habe das heute ja auch schon so halb angeteasert, das kam ganz oft, also, und da kamen voll die großen Sachen, das hat nichts mit Topmodel zu tun, das hat nichts mit Topmodel zu tun, es hat nichts, ich weiß nicht, mehr reden, du darfst nicht verraten, sonst redest du dich um Kopf und Kragen. Nein, also ich bin auf jeden Fall aufgeregt, ich habe noch keine Ahnung, ob ich den Job habe, aber irgendwie fühlt sich das schon so an, weil wir ja schon einfach so fünf Steps weiter sind, als noch vor drei Wochen, als jedes Casting war und wenn das klappt, bin ich in zwei Wochen mal für drei Wochen weg, nehme aber natürlich Kind und Kegel mit, bin gespannt, ja, aber darüber. Wir werden es danach dann erfahren, weil nächsten Monat bist du ja wieder am Start, dann erzählst du das, ich komme auch nach Deutschland nächste Woche, da bin ich auch in Stuttgart, also vielleicht sehen wir uns da ja auch und dann kann ich ja wieder berichten, was sonst noch so passiert ist, ich freue mich auf Deutschland, muss ich sagen, ich habe so zwei, drei Sachen, die mir richtig gefallen haben dieses Mal in Deutschland. Schinken, Käse, Croissants, ich habe es wieder dann in der Hübsse gesehen, die Aral-Tüten. Muss man mal sagen, ist Laichingen die Nummer eins, die Schelltankstelle in Laichingen, alter Schwede, die Laugenstange, die Käseschinken belegte Laugenstange in Laichingen in der Schelltankstelle. Klare Nummer eins weltweit. Nein, ey, die Effizienz, man merkt schon, ich war jetzt schon wieder irgendwo einkaufen und das war so, wir haben hier so ein kleines Oktoberfest gemacht und dann waren wir in einem Laden, der heißt Old World und da gibt es dann so deutsche Produkte, so Gelbwurst und süßen Senf und all sowas und da war ich dann einkaufen und der Vorgang, der, dass das Einkaufen, also der dauert hier teilweise zehnmal so lang wie in Deutschland und das liegt, also ich habe jetzt, ich habe die Effizienz von Kassiererinnen, all die Kassiererinnen, das sind, das sind die krassesten Motherfucker, die es da draußen gibt. Wie schnell all die Kassiererinnen arbeiten, das ist, die haben mir, glaube ich, in meinem Leben Stunden der Zeit, also Hut ab, vor allem all die Kassiererinnen da draußen, wirklich mega, mega, mega geil und das habe ich vermisst, weil hier reden die dann darüber, wie mein Outfit ist und das ist ja nett und ja, Senf, mag ich Senf und ich so, Alter, es dauert jetzt schon 23 Minuten, würde dir da nie passieren, deswegen da freue ich mich drauf, mal wieder auf die Effizienz, die ein bisschen deutsche Effizienz. Muss man schon sagen, die machen echt einen krass geilen Job und Hut ab, Kudos würde man sagen. So, und jetzt werde ich aufzureden, ich mache jetzt gleich Fotos, ich habe ein Fotoshooting jetzt. Ja, sehr schön. Perfekt. Und dann sehen wir uns nächste Woche, oder was? So ist es, wenn alles so klappt, wie es klappt. Gucken wir mal. Perfekt, dann freue ich mich. Danke, dass du extra ins Büro gegangen bist. Ist irgendein Waschlecken angegangen? Gibt es irgendeine, gibt es, du bist jetzt wirklich ganz allein. Ja, pass auf, wenn ich jetzt hier gleich rauslaufe, müssen wir telefonieren, weil dann kannst du wenigstens dann irgendwie, oder dann bist du live dabei, nicht hier, um Gottes Willen, nein. Aber doch, wir müssen wirklich telefonieren, sonst traue ich mich hier nicht raus. Es ist ja keiner mehr wach bei mir. Musst jetzt noch gleich kurz durch. In Eislingen? Ja, in Eislingen schlafen alle. Wann zieht ihr denn in das Büro überhaupt? Weil das Büro war? Die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat zwei, drei Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt, die gibt es bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche, dienstags, neu in deinem Podcast Player.